In der Berliner Verfassung wurde 1950 im Artikel 1 der § 2 und 3 zurückgestellt. Das bedeutet, dass von daher Berlin nicht zu BRD gehört. Angeblich gehört Berlin jedoch seit 1990 zu BRD. Es gibt aber ein Problem. Nämlich den alten Artikel 23 im Grundgesetz. Der alte Artikel 23 legt den Geltungsbereich des Grundgesetzes fest. Das Grundgesetz gilt nämlich nach dem alten Artikel 23 nur für Westdeutschland. Alle Bundesländer die neu dazu gekommen sind hätten eigentlich im Artikel 23 eingetragen werden müssen. Allerdings wurde der alte Artikel 23 am 18. Juli 1990 bei den 2 plus 4 Gesprächen entfernt. Und somit erlosch auch der Geltungsbereich des Grundgesetzes. Mit anderen Worten Berlin konnte nie an die BRD angegliedert werden. Weil dafür die Rechtsgrundlage fehlte. Die neuen Bundesländer werden zwar in der Präambel genannt und somit auch der Geltungsbereich. Jedoch hat die Präambel keine Bedeutung. Da nur das gilt was im Gesetz steht. Es gilt also nur das was in Artikeln und Paragraphen steht. Das bedeutet, dass dieses Grundgesetz gar nicht mehr gültig ist. Sie können sich ja mal in einem alten Grundgesetz den alten Artikel 23 ansehen. Sie werden in einem neuen Grundgesetz auch nicht mehr den Geltungsbereich finden. Und ohne einen Geltungsbereich ist ein Gesetz nicht gültig. Die Quellen finden Sie in der Beschreibung des Video. Ich empfehle Ihnen selbst weiter nach Informationen zu suchen. Und auch mal in einem alten Grundgesetz nachzusehen. Das Grundgesetz ist auch nicht unsere Verfassung. Artikel 146 Die Veränderungen sind aus in der sculpture Mitte drugiej. Und bei dem Hallelujah. finances nachzusehen.